Ja, ich freue mich, dass jetzt wir in der Produktion vorwärts gekommen sind und die letzten Produktionsschritte anstehen. Hier in unserem großen Lager sind die Vorprodukte angekommen. Also hier zum Beispiel das Woller von Quintus. Da dürfen sich dann die Leute freuen, dass es bald kommt. Die sind also hier in Mengenverpackungen geliefert und müssen dann von uns die Software aufgebracht werden. Und ja, separat davon sind in anderen Kartons, wie zum Beispiel die Kopfhörer sind angekommen. In anderen Kartons sind dann eben Kabel oder auch Rückenschalen und das wird dann alles zusammengesetzt.